Hallo liebe Zuschauer und Willkommen zurück zum Let's Play von Total War. Wir werden angegriffen hier in Thermon von den Mazedonien und hier von den Ponten in Pergamum. Und wir müssen jetzt kämpfen, also gibt es einen Kriegspaar-Tour. Ich werde dich freuen. Ja, der hat keine Chance. Pfeife! Einen Plan, der nicht verändert werden kann, ist schlecht. Publius Syrius. Syrus, nur. Ja, wir sind einfach zu stark, also wollen alle natürlich unsere Ländereien. Und da müssen wir einfach extremst angreifen. Verteidigen können eher. So, ihr Pfeifen. Das geht hier mal ein bisschen besser hin. Dann starten wir die Schlacht. Ja, ihr habt viel mehr Krieg und so weiter. Aber... Er wird wahrscheinlich überhaupt keine Chance sozusagen haben. Weil... Ihr seht ja, er hat keine Belagerungswaffen. Gehen wir mal raus. Also mal ein bisschen unlocken. Dieser Idioten. Ja, er geht wirklich. Das ist ein bisschen schlechter für uns, weil wir natürlich wegen der Übermacht kämpfen müssen. Ja, Bogenschützen, das ist eigentlich sehr gut. Was ist denn das? Sperrträger. Sperrwerfer. Alles Sperrwerfer. Okay. Hm. Das ist ein bisschen... Irgendwie ein bisschen unflüssig gerade hier. Das liegt wahrscheinlich an dieser Gegend. Was viele Berge. Ja, hohe Berge hat. Keine Ahnung. Wo das liegt an Frebs. Frebs ist wohl heute schuld. Wegen dem Cash. Das Frebs nicht gut nutzt. Hm. Hm. Ah, das ist wieder ein bisschen langweig. Ich bin schon ein bisschen überraschiert. Ja, ich kann das nicht blockieren. Oh, ich bin dann toll. Ich bin dann weg und weg. Ich bin dann weg. Alles raus. Och ich bin dann weg. Einheiten. Einheiten vorstoßen. Einheiten. Einheiten. Einheiten vorstoßen. Einheiten vorstoßen. Einheiten. Einheiten. Nein, das nützt uns nicht so viel, wenn wir die Zeit ablaufen lassen. Oh, eventuell werden wir sogar sterben, wenn es weiter geht. Siegt wer hier. Ich kann ja niemanden, der wir verlieren von der Familie. Also ihr seht, auf sehr schnell geht es flüssiger als auf normalen. Normal ist schnell. So ihr Feigling, jetzt habt ihr keine Chance. Ja, die Truppen sind ja nicht gerade so gut, nur die Pferde habe ich... Die Pferde habe ich ein bisschen nicht alles gebraucht. Ich weiß nicht, die Pferde hat. Lorenta, Alter! Streit! Angriff! Angriff! Oh, Scheiße! Willkommen Sie. Ja, ja. Angriff! Angriff! Verstört Sie! Verstört Sie! Oh, Scheiße. Das nervt einen bisschen so Los, direkt reingehen Loll, die gehen doch vorne Nein, jetzt wieder nach hinten Den angreifen So, ja, jetzt werden wir natürlich sehr viel Schaden erleiden Loll Weil die so reinlaufen Wie dumm die sind Wir werden sterben Nur wegen dem, die so reinlaufen Einfach Ich bin doch nicht so rein Ach man, sind die dumm Geht zurück Dürft nicht da einfach reinlaufen Scheiße Der feindliche General läuft davon Nie sollte sich ein Anführer so verhalten Doch am schlimmsten ist dies Entmitten einer Schlacht Ja Also doch gewonnen Aber eben es ist extremst Scheiße Wenn die KI Einen Streich in die Luft Schickt Tja Die Luft reißt sozusagen Die gehen einfach ohne Sperre Dort rein Wie, wie, was für eine KI Hier haben die Die gehen mit den Erhobenen Sperren In die Gegner rein Weil sie einfach können Auch wenn sie rennen Sollten die Sperre immer unterhalten Aber das kann Das kann halt das Spiel nicht Irgendwie nicht dastehen Oder gar nichts machen Das ist schrecklich Voll schrecklich Wie viele Verluste wir haben Das ist ja Wahnsinn Also schaut mal 53 von 160 oder so 52 oder so Niemand getroffen Ist ja zu peinlich Ist ja peinliche Tussen Die Armee des Feindes flieht Es verfolgt sie Und jagt sie vom Schlachtfeld Los, vorwärts Noch einen Treffen Was ist denn zu schwer Pfeife Ja eben Da ist noch einer Greift ihn doch an Aber der ist eben schon draussen Also sozusagen Der gehört einfach draussen Obwohl er noch drinnen ist Gehört er noch draussen Okay Ähm Immer wenn ich die Kamera bewege Dieser Sieg ist der Götterwürdig Ein Tag Ja aber schaut mal an Wie viel Verluste Ja Nur wegen dieser K.I. Ich weiss gar nicht wie ich das früher immer gemacht habe Darf ich überhaupt nicht mit denen angreifen Keine Ahnung Das ist wirklich irgendwie Schlecht gelaufen Ja und die haben es schwerer Was haben denn die Ja genau Einen Oh Da ist schwer Der wird noch ein paar Kills machen können Boah der hat einen Wir werden das noch belagern lassen Und Wir werden das noch belagern lassen Machen das weg Und dafür den Übungsplatz Vielleicht brauchen wir die Spärträger machen Spärträger machen Moment Nein Ehe nicht Ach die Holzmauer So Und Können wir ihn mal angreifen Aha und da unten ist noch ein anderer Ja der ist sowieso easy Bereit Angriff Die Schiffe könnten wir auch noch ein bisschen machen Wir haben gesiegt Bereit Ja Kapitän Also was wollen wir machen Ist eigentlich gut wenn wir hier Ja nein Lassen wir das Wir werden das sowieso schaffen Also ähm Ja Euer Ehren Sofort Ja Meister Ja Wir sitzen fest Wenn wir halt nochmal auf Waffenstillstande zwingen müssen Weil einfach Weil die Toten sind halt so dumm Und greifen mich an obwohl sie von den Dingen angegriffen werden dann Naja Wir hatten halt nur einen Krieg gerade aber Das riskiere ich nicht So Okay Okay Ja Jetzt ist der Anfield tot Und hat uns natürlich Ähm Ding hinterlassen Ja wir haben die einfach nicht mehr genommen Aber das sind ja nicht so richtig Das sind Traits die man immer wieder bekommt Also jetzt ist Nexus zerstört Und jetzt haben wir einfach ein paar Verluste Jetzt empfiehlt es sich Einen Markt in dieser Siedlung zu bauen Aufschul Der bessere Handel durch dieses Gebäude Kann besteuert werden So So Ähm Ist nicht gerade Gut Gammernmarkt Ja Ja Dionysos Spatus Der ist hier Ja 43 Tempel der Nike Ja Ja Das ist so gut Und sonst Habe ich wie Irgendwie gesagt Ich muss unbedingt dann dort Oder so Mehr Anführer haben Oder so Wenn ich die Traits dann weitergeben kann Aber Ihr seht es ja Geht dann nicht so gut Das größte Problem ist also Das größte Problem ist also jetzt einfach dass wir Ähm Die Ziehscheibe sind weil wir ja die Spieler sind Die Ziehscheiben werden immer wieder Ich werde sofort mit ihnen reden Das Problem haben Ja Das wäre klar Dann gehen wir mit dem Mal wieder hier hin Ja mein Herr Wir können nicht weiter Der greift jetzt die an Okay Und Ja Meister Hier gehen wir mal gucken Jo Wir können nicht weiter Herr Okay Mit dem hier Gehen wir jetzt nach Traak Gehen wir mal runter So Und Sonst haben wir nichts Wir haben hier wirklich nur Karteninformationen Sonst haben wir nichts hier Ähm Ja jetzt müssen wir mit dem hier Ähm Ähm Nur 34 Was ist denn dort? Gehen wir nach oben Gehen wir nach oben Gehegebe mich in Position Weiter geht es nicht Herr Wir können nicht weiter Warum Wie kann das alles können? Ja meister Da ist wirklich niemand. Kein Spionus. Ah. Wenn wir sowieso genug Geld machen wir auch mal ein. Ja und hier gehts weiter. Jetzt müssen wir wirklich ein Boot mal dorthin. Und dann die Sachen hier hoch tun. So. So. Also. Speicheln wir nochmal. Punkt 1. Also die greifen jetzt an mit sogar noch mehr an. Die werden sowieso nicht gewinnen. Die haben sowieso keine Chance. Jetzt haben wir sowieso eine Belagerungsmaschine. Wir können uns angreifen. Ach ja. Blonde. Infanterie. Armer Schlucker. Autos. Ingenial. Ich weiß genau. Blonde manchmal ein bisschen sensibler sind. Einheiten nach vorne. Ja wo seid ihr. Dort drüben. Einheiten. Ey. Das sagt mir auch niemand. Wie scheiße ist denn das gemacht? Die Pfeifen natürlich sind sehr langsam. Ohja. Das wird noch ein Rücken. So ein Scheiß ey. Wie. Diese Scheiß Stadt. Wie schlecht ist denn diese Stadt? Also dass es keine Wege hier in der Mitte gibt und so weiter. Weißt du. Und jetzt habe ich so eine schlechte Ding. Okay. Das wird komisch. Das wird sehr komisch. Ob die haben so schlechte Einheiten, dass sie eigentlich gleich sterben werden. Ja. Heyo. Ihr habt jetzt Stücke gerissen. Dann tut euch mal ein bisschen. Böse Sache. Und. Geht mal dorthin. Geht doch endlich mal. Dorthin. Es ist nicht so schwer einfach zu rennen. Wie langsam. Wie langsam. Die haben sich nur gedreht schon. Wie langsam die sind. Das ist Wahnsinn. Ich werde verlieren weil ich äh. Weil die KI mir nicht folgt oder was. Solche Pfeifen. So jetzt mach doch mal vorwärts. Wie. 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 Ich weiß es. Ich weiß es. Der Feind hat die Mauern durchbrochen. Die Mauern sind nicht mehr unser. Der Feind hat sie besetzt. Es ist mir egal. Jetzt kommt. Geht nicht oben durch bitte. Ja. Geht alle unten durch. Die gehen wirklich oben durch. Die gehen wirklich oben durch. Die gehen wirklich oben durch. Die. Schnell. Marchieren. Verheilung. Marchieren. Scheisse. Wir werden so was von sterben. Jetzt bleibt hier. Ihr verdammten Krieger. Ahja. Genau. Ja genau. alle Sperre einfach weglegen. Ja, gut, sterben wir. Soweit es geht werden wir sterben. Alle zusammen. Jeder Krieger wird sterben. Aber sowas von dumm. Wie geht es überhaupt, wenn die Sperre haben, ob sie nicht einsetzen können, weil sie zu dumm sind? Wie geht das überhaupt? Okay, gut. Kann ich wirklich nichts machen? Was soll ich denn gross machen? Ich muss mit denen angreifen. Jetzt kommt doch hier nach vorne. Was ist denn diese KI wieder mal? Ja, toll. Bis der endlich mal hier vorne ist, ist Weihnachten. Los jetzt hier pfeifen. Und hier ist alles gut. Greifen sie doch an. Was ist mit der KI-Ei? Los. Ja, ich muss angreifen. Ja, ich muss angreifen. So. Wenn ich nicht zuerst. Jetzt bekomm ich noch. Höchst. Das Spiel vertreibt mich in qualvoller Manier. Ich konnte das Spiel so gute Wertung bekommen damals. Und hier wird alles zermatscht. Kann ich ja mit dem hier auch angreifen irgendwann mal. Ja jetzt. Wir alle fliehen in massen Panik. Schon genial, wenn das so ist. Da geht es natürlich mitten durch. Wie die nicht sterben. Wie die einfach nicht sterben. Da ist Verstopfungen. Da gibt es solche Verstopfungen. Wenn sie weiter gehen, dann können sie mehr besiegen natürlich. Ja, das wurde alles natürlich schlecht gemacht. Ja, jetzt ist er tot. Und da rein rein. Schön reinhören. Mit beiden natürlich. Los. Rein reiten. Oh mein Gott. Also ist so cool. Wie peinlich das noch gemacht ist. Könnte 1000 Bar besseren. Mod machen. Ja. 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 Dimmeler Hafen bauen bei Küstensiedlungen natürlich, weil Handel bringt uns schon sehr viel weiter. So und hier machen wir Plasterstraßen, die ist nämlich voll. Ich mache immer, wenn die Wege voll sind, eigentlich neue Straßen. So. So. Also nichts mehr. Germanion und Darkion sind schon zusammen. Okay. Der große Flügel, also Segel. Erfinder haben wir sogar. Der Erfinder macht was. Aha, Baupunkte. Der Neigpriester natürlich. Wachtest vor allem bei. Ja, ist mir legal. Also jetzt haben wir schon 28, okay. Dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder. Danke schön fürs Zusehen. Und ja. Gebt mir Feedback bitte, gell. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.